Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Fütende Geister des Feuers und der Erde anzunehmen bei Erdheiler Dovlog, im Schwarzen Mondtal, an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Vor Quest war die Hand von Gul'dan. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das ganze sollte aber euch auch helfen in BC Classic. Hier sind diese wütenden Feuergeister und Erdgeister. Da stellt man am besten das Totem in der Nähe auf was man mitbekommen hat. Ist dann der Quest auch mit angeheftet. Oder aber auch im Inventar zu finden. Man kann es auch in die Leiste ziehen, vollkommen egal. Und mal schauen ob es direkt klappt. Ich schieße mal den Mob an und 1 von 8. Ich weiß nicht wie weit die Weichweite von diesem Totem ist. Ich versuche mal die Mobs hinzuziehen. Ah, jetzt habe ich aus Versehen getötet. Ok, ok, ok. So, kommt Burschen. Kommt in die Nähe des Totems. Maybe get broken, ok. Dann töte ich mal diesen. Hat gezählt. Dieser hat auch gezählt. Und das Set hat nicht gezählt. Ok. Dann stelle ich das Totem hier auf. Und töte diesen Mob. Und wenn ich die Quest, die Map aufmache, seht ihr, Questgebiet ist riesig. Könnte sein, dass wenn ihr die Quest in BC Classic macht, ihr dennoch nach diesen Mobs suchen müsst. Weil natürlich mehr Spieler da die Quest machen. So, ich stelle mal das Totem gleich hier auf. Ziehe mal ein paar Mobs zusammen. Und hoffe, dass ich dann das Flott hinbekomme. Ah, ich glaube, wenn ich ja, der setzt schon zurück. Hab ich damit gerechnet. Ah, ich habe damit gerechnet. So, Totem. Dann töten wir diesen. Und diesen. Wunderbar. Das Tobe ist nur, dass Totem hat 30 Sekunden Cooldown. Da kann man aber leider nichts machen. In BC Classic werdet ihr vermutlich erst so lange diese Mobs zu töten brauchen. Das war jetzt komplett falsch formuliert. Aber ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Oh, schaut mal her. Hier habe ich gleich ein paar Mobs zusammen. Wunderbar. Dann hole ich noch mehr. diesen. Äh, hallo. Ja, klar. Einfach getötet. Ich habe doch nichts gemacht. Hat der dazu gezählt? Warte, war ich weiter so hoch? Den da. Den da. Den da. Den da. Okay, Feuer elementare Hammer. Beziehungsweise Feuer erzählen. Jetzt brauchen wir nur noch erzählen. Uh. So, dann hol mal diese erzähle. Ich bin übrigens auch auf Twitch unterwegs. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auf Info gehen und dann seht ihr das Panel Senderplan. Seht ihr, wann ich online bin? Ist aber auch ganz leicht zu merken. Nämlich S.E. Na Quatsch. S.S. Dede. Äh, ja, was könnte das heißen? S.S. steht für Samstag, Sonntag ab 6 Uhr Winterfrüh. Und Dede steht für Dienstag, Donnerstag. Ab ca. 17 Uhr 15. Da bin ich immer live zu sehen auf Twitch. Und halte mich mit euch. Äh, spiele WoW. Logisch. Die meiste Zeit plane ich auch, was ich euch zeige. Also nicht einfach Animal Farmen oder sonstiges. Und ja, gut. Ich plane es zu zeigen, wie ich twinke. Aber ich tue nicht spontan twinkern, indem ich da stehe und sage, hm, was mache ich heute im Stream? Ah, twinkern, ja. Mhm. Ne, ne, ne. Das ist geplant. Meistens eine Woche im Voraus. Oh. Und wie viel habe ich jetzt? Sechs von acht. Ich benötige noch zwei. Wunderbar. Zwei. Erfte Elemente habe, bitte. Einmal in die Bestellung aufnehmen. Kann ich den Mob da runterziehen? Hallo Mob. Komm mit. Ah. Am besten zu diesem Mob. Du kommst auch mit. Hier wird das Totem aufgestellt. Und hier werdet ihr getötet. Hat doch wunderbar geklappt. Die Quest ist bereit zur Abgabe. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber ich finde, es ging trotzdem ziemlich flott. So, wo kann man die Quest abgeben? Guck, schaut. Ah, da. Die Quest ist abzugeben bei Erbtheiler.doblog. Im Schattenmontal. An dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr mir auch helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Nicht vergessen, ich habe es ja vorhin erwähnt. Aber vielleicht haben einige Leute vorgespult. Deshalb nochmal der Hinweis. Würde mich freuen, euch da mal live zu sehen. Beziehungsweise mich mit euch live zu unterhalten. So. Eizocke. Ende. Eizocke. Ende.